Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rock of Ages 2 mit dem, nicht dem Bram, dem Jay, dem Sebastian, dem Christian und mir dem Federer. Oh, das war die Strecke. Russ, abkürzen. Ich habe fast alle Dinger mittlerweile freigeschaltet und mit Dinger meine ich Bälle. Mir fehlen nur noch zwei. Mir fehlen noch drei. Komm, wir probieren mal was. Ich habe schon wieder vergessen, was die Meta war, aber das ist auch nicht schlimm. Okay. Wir sehen jetzt zumindest drei unterschiedliche Bälle. Ach, komm. Danke fürs Freimachen. Schlecht. Oh Gott. Das ist richtig belastend gerade. Wo geht's denn hier rum? Ich komm nicht vorrat. Ah, ist okay gerade. Yes. Oh, da kommt Christian noch an. Alter. Ich probiere gerade richtig gut durch die Gegend. Mann, die Angst ist halt hier so langsam. Hä? Hä? Wo geht's denn hier rum? Hätte man auch links gekonnt? Wir spielen da ein Spiel. Aber da... Oh, der ist auch nicht aufgeladen. Oh, der ist auch nicht aufgeladen. Danke. Nein. Hey Jay. Oh Mist, das hängt nicht fest. Los, los. Oh, den Weg Freibahn ist aber auch richtig kacke. Oh, ist das Ding. Roll doch mal. Oh. 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 Nein. Ich bin genau... Oh. Scheiße. Oh, das war knapp. Oh. Das war sehr knapp. Okay. Jetzt können wir uns alle wieder an die Map ändern. Kam jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr in Rock of Ages 2. Ja, stimmt. Weil ich... Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. An die Map? Ja, klar. Nee. Ist das Jay eigentlich schneller als... Ja. Ey, Christian! Alter. Ihr seid so langsam. Rabauke, ey. Ist der der Shit? Oh ja, komm an, Alter. Bleib doch voll weg, ey. Nein, der Stier hat mich genau festgesetzt, seit ich am Boden aufgekommen bin. Ey, nie. Ach. Was? Der war doch tot, der scheiß Stier. Ja, aber irgendetwas anderes hatte ich auch getroffen, ne? Also der Stier war definitiv tot. Hallo. Ist das die Kanone? Vielleicht war es die Kanone, wer weiß. Peter! Nein, Christian! Das hast du nicht getan. Warte. Oh, das sieht gut aus. Mama! Wo kommst du denn her? Das gibt's ja wohl nicht. Okay, das war assi. Kriegt ihr wieder. Kommt der da aus dem Nichts, der Peller? Peter! Oh, Stier! Ah, nein! Nein! No! Der rusht auch noch. Oh, Stier. Oh, mein. Okay, wo kam der J rum? Ach, ich nehme auch alles mit. Nein! 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 Oh Gott, da habe ich die Kante nicht richtig getroffen. War das jetzt Jays Trick? Ja, das war Jays Trick auch. Shit. Das war zu wenig. Du erschaffst. Jay, das passt nicht! Wieso sprich ich dir denn die ganze Zeit hinterher? Pfff, sprichst du mir denn hinterher? Ja, weil du vorhin den guten Weg genommen hast. Ja, ich habe einfach nur Risiko gegangen. Du musst halt in einem machen, Peter. Sonst geht das nicht. Ich habe schon bald von dem Risiko gegangen. Endlich Punkte. Das war eine Scheiße. Ja, Hauptsache, Peter holt keine Punkte. Ist das eigentlich griechische Musik? Kann Griechenland sein hier? Ich denke schon. Ist wahrscheinlich so eine Musik, die man sich so vorstellt. Im griechischen Restaurant. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Außen! Untersteuern! Du bist fixend! Alter, das war... Du bist auch irgendwie von der Map geflogen. Das kam mal ganz gut aus. Nein, Peter! Aber jetzt hast du mich auf den Stein geballert? Und hier komme ich nicht drüber. Alter, ich hänge hier fest. Das kann doch nicht sein. Jetzt bin ich noch hinter Jay, ey. Schwach. Kannst du dir nochmal angucken, wie ein Meister gleich springt. Peter, du bist der Kerl. Nee, das passt nicht. Oh, das ist aber nicht... Peter? Nein! Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich ja... Das schaffe ich ja im Leben nicht. Oh nein! Jay hat es wieder gemacht, oder was? Ja! Oh Gott! Und ich weiß immer noch nicht, wie ist das Problem. Einfach springen. Krass! Aber im Punkt. Das ist okay. Ach komm. Komm, ey Jay. Mach mal einen Abgang. Nein! Der hat mich der Stier getauscht! Oh oh. Oh Jay ist am... Am Stein abgeprallt. Hey! Lass mal sein. Peter mach mal ab. Lass mal sein, ihr scheiß Bullen! Danke, Peter! Hallo, Peter. Oh Gott! Der ist halt wieder lang geschoben, ey. Oh Maaan! Christian sieht echt gut aus für dich gerade. Aber Jay kommt gleich wieder angeflogen. Oh shit! Wie er gegen mich gefahren ist! Oh Gott! Jetzt bin ich langsam! Nein! 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 Oder war... Dieser blöde Stier! Nein! Oh ich krieg da mal einen ganzen Punkt! Nice! Scheiße! Ich bin drüben! Ich bin drüben! Ich bin drüben! Ich kriege einen Punkt! Nice! Kann nicht mal sein! Ach! Dieser eine blöde Stier! Damit gewinnt Jay trotzdem bei den Augen! Der ist letzter! Unentschieden! Der steht unentschieden! Niemand gewinnt! Ich hab gewonnen! Nice! Unentschieden! Die meisten Punkte! Unentschieden! Bis letzter! Unentschieden! Ah! Tja! Ganz klare Sache! Keine Sieger heute leider! Machst du nix! Aber vielleicht gibt's beim Tour und Tun Sieger! Glaub ich nicht! In Rennes! In Rennes! In Rennes! Rennes! Ist das auch in Holland? Rennes? Nee! Vielleicht heißt Rennes... Achso! Rennes ist doch in Holland oder nicht? Es gibt ne Fußballmannschaft! Start Rennes! Ja, dat weiß ich auch! Aber Rennes ist das doch nicht! Doch! Nee! Doch! Okay! Tja, was nehmen wir denn hier für'n Scheiß? Gute Frage, ne? Oh shit! Ich muss ja auch einen Ball nehmen! Ah ne, hab ich schon ausgewählt! Du musst ja auch einen Ball nehmen! Ja, du musst nicht fahren, Peter! Alles gut! Hehehehe! Weißt du was denn? Der Rest ist eh Moch! Ah, scheiße! Äh... Was hat denn... Was hat denn... Was hat denn... Was hat denn... Das Ziel? Hier... Ich bin grade am Ziel bauen! Ja... Aber das ist sehr teuer am Ziel zu bauen! Das ist... Sehr belastend! Oh fuck! Hab schon kein Geld mehr, Jayme! Woll ich jetzt nicht! Oh oh! Boah ich schon wieder falsch rum! Ah, zu wenig Money in the Bank, Junge! Ja, echt ey! Oh Leute, der baut die auch! Sollen wir schneller sammeln! Wieso baut der die da nicht? Das ist zu weit weg! Fatschot! Das ist belastend! Ich hab vergessen... Also ich... Ich konnte die Minen nicht bauen! Hä? Warum nicht? Hast du die nicht ausgewählt vorher? Also doch! Ich hab die... Ich hab die gebaut... Auf der normalen Strecke! Aber da zählen die scheinbar nicht! Oh Scheiße! Oh Alter! Was habt ihr hier alles hier gebaut? Oh Mann Alter! Ich war doch voll drüber! Hä? Was soll denn der Müll? Das ist ja Quatsch jetzt! Ich war auch noch voll drüber! Oh mein Gott! Fuck! Eventuell hab ich Peter grad auf die Falle geschubst! Fuck! Ja come on ey! Nein! Oh jetzt bin ich hier runter gefallen! Nein! Oh ich war sooo gut dabei! Oh der... Ne der zweite war doof! Der erste war... Boah! Ich stand hier aber... Der ist jetzt runter gefallen! Hä? Ich stand oben auf dem... Ah! 117 Schaden! Ich hab leider sehr viel Damage gehabt! Aber bin schon durch! Ja der ist gut! Shit! Christian kommt auch gut durch! Ja der hat mal rechts frei gemacht! Sehr gut! Oh du was! Was sieht der? Boah! Das war ja mies! Ja Christian wurde runter gebummst noch! Das war aber mies! 339 nur! Das war sehr sehr mies! Aber hab Christian auch richtig schön gebritzelt! Ich frag mich was mies war! So wir müssen definitiv hier vorne noch was machen! Oh was! Ich kann schon wieder! Oh mein Gott! Ich kann gar nicht mein Geld ausgeben hier! Hab die Kommentare auch gelesen unter den letzten Folgen! Und ich versuch dann umzusetzen was ihr mir da gesagt habt! Was haben die denn gesagt? Aber das gelingt noch nicht so hundertprozentig! Oh mein Gott! Da bin ich zu weit! Was haben die denn gesagt? Ja das sag ich dir jetzt noch nicht! Warum ey! Na ja ohne Scheiß! Würden wir aber jetzt auch interessieren! Besser fahren! Ja ohne Scheiß! Hä? Ich bin da noch getroffen! Oh mein Gott! Ah! Oh die haben die Doppelmauer gebaut! Uiui! Ich werd hier richtig weggebummst von den Stieren! Ach komm schon! Das kann ich was haben! Hast du denn jetzt wieder den gleichen Weg genommen? Naja das Problem ist ich wurd da wieder reingeschubst! Das wird aber nicht von mir! Nein nein nicht von dir! Oh je! Jetzt kam ich! Oh oh! Ja war gut! Also die hinterherfahren waren... Achso! Neu! Oh ich wurde rausgekickt! Aber ich hab ein bisschen was Schaden gemacht! Ja ich versuch ein bisschen da durch zu gehen! Oh Gott! Vielleicht auch nicht! Weil ich hänge! Leute ich stehe in der Luft! Was ist das denn? Ja das hatte ich auch schon ein paar mal! Das ist nicht optimal! Ich hab auch 120! Ich mein mehr als vorhin! Oh scheiße! Das hat bei beiden funktioniert! Nice! Was war das? Cool down! Pssst! Nice! Ich blitz die gerade die ganze Zeit! Alter ich auch! Ich will die keinen Schaden machen! Ich auch! Das wird so gut! Komm mal! Oh mein Gott! Nice! Okay Christian ist gleich durch! Christian ist... Christian hängt noch! Ja ich muss noch ein paar sagen... Komm mal! Ich kann grad nichts machen! Also lieber noch Zeit nehmen! Nice! Das war richtig gut! Ich hab ja Kommentare gelesen und ich versuch das jetzt hier umzusetzen! Ja! Hat noch nicht funktioniert! Hab ich ja gesagt! Jetzt sag doch mal was der Kommentar ist! Keine Ahnung! Was weiß ich was! Käpt'n Kommentare möchten wir jetzt noch da! Ich mein ja auch nicht dich sondern Peter soll das sagen! Was ist das? Hör mal check! Peter will nicht reden! Okay! Peter du gehst dann einfach seinen Klang los! Ich sag dir das nachher gerne! Oh die Kanone haben mich betroffen! Scheiße! Also ich glaube das ist Peter der die ganze Zeit Kanonen und die Sprengdinger holt! Damit die halt kaputt gehen die Räder! Ja aber das ist das was er probiert! Oh! 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 Reicht vielleicht ein bisschen! Oh! Was! Ja! Okay hier wurde ich richtig gebumst! Ja die regen sich immer darüber auf dass wir sagen dass die Reifen so ne Meter sind! Ja! Obwohl man die ganz leicht outplayen kann indem man denen einfach genug Damage macht! Ja! Finde ich jetzt aber nicht so simpel ehrlich gesagt! Ja vielleicht hättest du mir ja sagen sollen welche Falle ich mitnehmen soll! 145! Ja ich wusste ja nicht ob das stimmt oder nicht! Peter fällt auf jeden Fall die ganze Zeit gerne runter! Ja Windmühlen scheinen die viel bessere Kontermöglichkeit zu sein ehrlich gesagt! Wer braucht schon Kommentare wenn man das selber hier smart herausfindet! Man denken kann selber! Naja stimmt! Oh mir fällt gerade auf Peter der hat nicht mehr so viel liegen! Peter ist fest! Das ist gut! Ne da kriegen wir gut runter geblitzt! Oh komm ich blitz auch noch mal drauf! Komm hier noch mal! Ich starte mal wieder ne! Ja mach mal! Peter das war aber knapp! Oh da wurde er getroffen! Oh da kommt der Stier! Oh mein Gott da hab ich ja gar keine Chance! So schnell kann ich ja nicht mal klicken wie Peter stirbt! Shit da war ich zu spät! Oh bei dir gleich! Ich hab dich geblockt! Ja okay! Ich hab mir damit schon gemacht und hab ich doch nicht angeschoben worden von dem Bullen! Chey! Das ist so gut! Okay! Okay! Wir müssen jetzt einfach nur ankommen! Ja! Einer! Ja! Jay ist gut dabei! Oh oh! Fricht gut! Ach shit! Dann... Nice! Da war nix zu machen ey! Oh man ey! Geil! Zweimal gewonnen! Sweet! Einmal war unentschieden! Peter hat zweimal verloren! Letzter ey! Das ist Peter! Einmal war unentschieden aber den Sieg habt ihr verdient! Zweimal verloren Peter! Vielen Dank fürs Zuschauen! Was war denn jetzt der Typ Peter? Hab ich doch gesagt! Ja was war denn jetzt der Typ? Was hast du gesagt? Hä? Ich hab's doch erklärt! Die Kommentare haben gesagt, das ist kacke, dass wir sagen die Reifen wären Meter! Ja! Man konnte die easy outplayen indem man denen einfach Damage macht! Durch die Katapulte, durch die Kanonen! Ah Katapult! Ah!